Sie sollen jetzt nur meine Worte hören. Ich möchte Sie bitten, die Augen zu fließen, damit Ihre Aufmerksamkeit wird gar nicht abgedeckt werden. Ich möchte Sie bitten, die Augen zu fließen. Sie sollen jetzt nur meine Worte hören Ich möchte Sie bitten, die Augen zu schließen, damit Ihre Aufmerksamkeit durch gar nichts abgelegt wird Zuerst entspannen Sie sich, wir hangen bei den Füßen an Jeder Muskel, jeder Nerv und jede Sehne ist gelöst, locker und frei Jeg vielleicht auch nicht,miyor ich glaube, dass es sie mehrquiriert. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.